Hallo, ich bin Martin und ich arbeite als Techniker bei SwissSki und heute zeige ich euch, wie man die Ski vorbereiten soll. Zuerst müssen wir den Belag sauber putzen, also nehmen wir eine Bürste, mindestens zweimal, dass der Dreck weg ist. Nach Ausbürsten nehmen wir noch Vlies und gehen wir einmal drüber, damit der Dreck weg geht. Und jetzt können wir anfangen mit dem Einlassen. Also das Biegleisen sollte so ungefähr auf 130 Grad eingestellt sein. Nehmen wir einen Paraffin. Der Belag sollte überall vom Wachs bedeckt sein. Und dann gehen wir mit dem Biegleisen einfach drüber. Wenn es nicht so gut aussieht, gehen wir nochmal mit dem Biegleisen. Also nach circa fünf Minuten können wir mit Abziehen anfangen. Also zuerst machen wir die Rillen mit dem Rillenstift. Also einfach durch. Immer gehen wir von der Spitze nach unten. Danach machen wir die Kanten sauber, damit die Kanten schön sauber sind und auch scharf. So, danach gehen wir mit der Klinge einfach den Belag abziehen. Immer wieder von der Spitze nach unten. Im Prinzip gehen wir so zweimal bis dreimal mit der Klinge drüber. Nach dem Abziehen nehmen wir noch mal die Bürste und bürsten wir den Rest aus dem Belag weg. Und noch mal mit Vlies. Und danach sind die Klinge fertig. Musik 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 Musik